hallo leute herzlich willkommen hier bei diablo 2 ein neues projekt mit mir und dem kevin hallo kevin hallo wir brauchen mal ein bisschen länger man muss sehr langsam auch reden das war ja fast zu schnell so wie spiel diablo 2 wir können das spiel kennen das spiel eigentlich ganz gut und wir haben uns das ziel gesetzt erstmal natürlich ist der weg ich werde diese wildnis säubern schlüssel 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 so wie der weg ist natürlich das ziel aber wir wollen komplett self found also ohne irgendwie von anderen oder irgendwie traden mit anderen bis hölle komplett alles durchspielen es gibt also drei verschiedene schwierigkeitsstufen wir spielen das spiel also dann vermutlich dreimal durch hoffentlich dauert das nicht so lange also mal wie kann man noch mal die karte anmachen und mit tab ach da genau die karte ist hier die ganze zeit einfach eingeblendet aber ich kann schon wieder nicht mehr rennen ey das ist so kacke es wird sich das ausgedacht nur die ersten zehn level kotzt eines an mit diesem man kann nicht rennen die ganze zeit und danach ist total wasted einfach so ich bin jetzt level 2 wir haben uns beide entschieden gemeinschaftlich dafür dass wir beide und paladin spielen weil paladine haben sind sind falls sie diablo 3 spielt sind halt quasi crusader und haben dann diese ganzen augen wir haben hier quasi in unserem skill tree einmal unsere kampffertigkeiten und die anderen zwei tress sind nur augen und dann können wir also zusammen ein bisschen verschiedene bilds gehen und uns mit den augen gegenseitig machen was halt schon mal deutlich cooler ist als jetzt andere charaktere die können nämlich nicht ganz so viel und zauberinnen wollten wir nicht spielen das wäre so eigentlich die wahl für den ersten charakter weil das ist zu leben wir müssen hier zusammen und brauchen klatschen ich habe aus versehen ich habe aus was sie hier schön erfahren erst mal tp aufmachen okay wir sollten in die höhle des bösen und jetzt aber hier alle monster aus den dieser höhle nachgucken ich habe jedenfalls schon mal nach jetzt die akte besser die axt anziehen mein gürtel ist schon kaputt wer belebt denn hier die spacken wieder hast du hier den typen nicht umgeklatscht ich muss mal meinen spiel leiser stellen war ich glaube hier ist halbwegs in ordnung vielleicht einen ticken noch aber wenn ihr euch das hier anguckt ja da ist nicht mehr so viel mit ticken und so ist ganz schön also ja jetzt besser das war so laut ja ich sogar habe aber mehr als monster sterben hört man halt eh nicht oder so und so wurde er war so hier ist wieder die ganze gang am start medierte diamant geil ja wir werden so in der zeit mein jetzt gibt es hier noch nicht so viel zu erklären aber wir haben beide das spiel wahrscheinlich 10.000 spielstunden gespielt locker so ist noch leichter als untertrieben also können wir dann im laufe der zeit erklären was so neues dazukommen jetzt momentan immer noch die ganze höhle säubern es gibt hier die verschiedenen slots da war schon mal ein schild was ein bisschen besser ist aber total egal ich habe jetzt diese axt ausgerüstet die ist nicht mehr besser als das standard schwert und diesen ledierten diamanten wie kann man dann in gesockelte gegenstände rein klatschen haben wir hier was gesagt dass hier mein helm ist gesockelt da könnte ich jetzt das rein machen und würde dann 20 zu angriffswert bekommen lassen war man kann sie auch später kombinieren und bessere edelsteine draus machen jetzt am anfang das ganze hier sowieso so scheiße brauchen wir noch gar nichts machen so kevin hat hier schon eine aura angemacht und wir gucken auch mal kurz in den skill haben wir bei unserem kampfskills haben wir hier schon mal opfer oder niederstrecken niederstrecken wäre mit schild zuschlagen was nicht so geil ist also wir machen erstmal opfer was auch nicht so geil ist aber wir brauchen ein opfer um eifer zu kriegen und eifer geht ab da hauen wir richtig zu meist kommt mein günstigen gar nicht hinterher so und dann nehmen wir noch eine offensiv aura hier macht die machen wir dann auch gleich mal für später gebet genommen den live track ja mittlerweile kann man ja auch skill punkte dann resetten das heißt wenn wir uns später irgendwie entscheiden das läuft so nicht mit den skillungen die wir haben hauptsache du fährst gilt sich nicht jetzt das wäre kacke kevin fährst killen wäre scheiße also ich habe nur einmal das genommen wir wollen auf jeden fall auf jeden fall müssen wir beide beide auf eifer spielen denke ich man könnte auch überlegen ob einer auf rache spielt aber ich weiß nicht ob rache ist glaube ich nicht so geil weil man dann echt keinen angriffswert hat und man trifft die gegner einfach nicht man macht irgendwie element schaden 400 1000 bei rache weil man rache spielt ja das stimmt vor allen dingen ist auch das problem wenn du rache spielen willst du hast vorher keine synergien da unten rache kriegt bonus schaden für widerstand gegen kälte feuer blitz und errettung und bist du die ganzen sachen folge es geht hast macht rache sowieso kein schaden also man kann ja von anfang an darauf spielen man kann später überlegen ob einer vielleicht darauf wie war es eigentlich wie kann man denn seine skill punkte zurücksetzen bei akara hier nach der quest kriegen wir auch schon das erste mal also dreimal pro champ genau er kommen er trifft halt nicht ein riesen zauber scheiße ich bin überladen da muss ich erstmal die bolzeln wegschmeißen so jetzt ist es noch so dass man die gegenstände wirklich identifizieren muss einzeln also ich drücke sie auf meine schriftrolle rauf auf eine von denen und gibt ihm ein maximaler schaden alter boah ist das ein krasser zauber wenn normal kannst du jetzt richtig starten ja das ist jetzt guck mal wie ich dem jetzt gebe ich hab dir nicht mal angeguckt dass der umgefallen ein rata rata liegt da nice kummer dass der der ordentlich austeilt der blaue und dann nehme ich meinen halt rein blauen kurzbogen ich höre nichts ich muss das noch leiser machen ich habe es auf dem niedrigsten was geht so laut okay erst mal eines mit dem hier schlüssel also ich mache auf jeden fall ich habe jetzt nur für später diese eine auch einmal gespielt ja das brauche ich noch gar nicht mache ich gar nicht also wir müssen dann beide max ein eifer ich habe und zum eifer jetzt hat er das nächste tp verweistet sind 80 gehörter anfang ist voll viel naja wir müssen beide einfach max und opfer und dann müssen wir gleich mal überlegen welche verschiedenen offensiv bauen also jeder muss sich auf eine offensiv aura fokussieren dann einer auf jeden fall fanatismus weil das ist der standard nur noch drei monster leben wir sind bestimmt ganz am anfang vorbei gerannt sind dann gucken wir noch mal weiter defensiv augen brauchen wir nicht hier fanatismus ist party schaden ja mal auf haben musst du eifer opfer und auf jeden fall macht mir warte mal was gemacht wo ist denn die ach da fanatismus fanatismus ist ja erst ab 30 du leckst voll ich habe sie du leckst irgendwie extrem meine pflicht hier ist getan nochmal zurücklaufen oder was naja dann lauf mal kurz in die stadt und dann guckst du warum sound grad spinnt so verbinden ja ja keine ahnung also geleckt habe ich nicht ich habe einfach teams wie neu gestartet ich habe die ganze zeit geleuchtet so wir können jetzt die akara gehen ich habe dich auch perfekt verstanden und ihr erzählt uns erstmal wer sie ist ich denke die die frage da werden wir nicht so wirklich drauf eingehen wir werden so ein bisschen machen aber da sind wir viel zu ungeduldig für um uns das jetzt alles anzuhören auf jeden fall ist alles kaputt und wir haben das gesäubert die magie frohla und genau tränke zauber jetzt aber gar nicht aber zauberstäbe genau das ist alles alles nicht interessant so hier auf jeden fall schon mal einen geilen toten beschwerer stab und so welche bringen immer ordentlich kohle ihr seht es schon da 1600 man 1500 aber so ihr 1 zu max schaden können wir auch verkaufen wirklich das beileid uns alles zu so werden wir kommen da können wir schon mal so ein buch und so ein buch kaufen da sammeln sich nämlich unsere schrift rollen drin dann haben wir da nicht mehr so viel platz vergräutet echtes kaufst du jetzt schon ich habe 1800 gold ja aber komm mal überleg mal doppelt so viel und kannst du den schönen und was wir gerne egal ist doch alles voll bullshit hier voll teuer mein stab wo du irgendwie was auf deine aura kriegst findest du erst in altraum ja aber die haben trotzdem ja so wenig base damage naja stimmt hier haben wir unsere kiste da können wir sachen lagern können wir zum beispiel unseren scheiß hier und unser gold mal reinschmeißen und dann habe ich fertigkeit so also das mit den synergien funktioniert so wenn wir dann einfach haben was unser main angriff sein wird dann haben wir für jeden punkt den wir in opfers gehen zwölf prozent mehr schaden deswegen werden wir das vollskill mit 20 punkten und opfer vollskill mit 20 punkten und dann die auren und auf jeden fall auch hier heiliger schild mehr verteidigung und es dauert ja erstmal bis wir da angekommen sind level 99 ist max aber da brauchen wir ja noch ein bisschen bis wir da sind und ich denke konzentrations aura ist wahrscheinlich das sinnvollste was ist der andere dass wir fanatismus und konzentrations aura spielen wahrscheinlich war naja das ding ist die erhöht da gar nicht den schaden wirklich oder das war doch immer nur der bug also ich hab komisch wenn aktiv erhöht die aura den schaden und verringert die chance dass ihr angriff unterbrochen wird 60 prozent schaden das ist einfach nur der bug war dass der hammer dienen die auch bekommen hat obwohl das magie ist die ja stimmt das war ja oder halt überzeugung ist auch ganz gut aber hat ja nicht erzahlen hat doch natürlich überzeugung ist doch verteidigungs ach so das gibt doch verteidigungs auf hölle extrem gut eigentlich noch stimmt verteidigung gibt es ja und vielleicht sind wir kriegen wir voll auf die fresse und wir müssen irgendwie hier er rettung spielen ja dann gucken wir einfach kommen dass man weiter hier jetzt so okay genau wir ach so wir müssen die anquatschen war hier kasch ich glaube ich habe das schon weiß ich nicht wir sollen blut rabe auf dem friedhof in der kalten ebene suchen genau so man wird renne ich denn immer gegen die wand defensiv wollen wir nicht hier macht bringt uns nicht das wollte ich eigentlich das damit sagen macht weiter zu skillen bringt uns nicht deswegen werden wir einfach opfer nochmal war ok jetzt sieht man minimieren hier er klatscht alles um auf dem weg aber weiter war kannst du durch dann so ein bisschen sieht halt unfassbar viel mana die wir hatten das hauen was du dann hast ja aber wenn es halt alle ist es maler dann glaube ich halt ganz normal weiter also auch egal ich dann das mal dann habe oder nicht habe einfach drauf so ist der wegpunkt da könnten wir uns jetzt zurück ins lager reportieren wollen wir nicht wir müssen weiter auf der flucht hier kommt richtige bären und auch die mubert wo alle der klopft mich kaputt geht aus wie Murat Die fallen aber alle um hier Ich hätte gerne mal eine Waffe, die irgendwie nicht weniger Schaden macht, das ist das Standardschwert Ja, bei der Gräfin überhaupt jetzt Ja, bis sie bei der Gräfin sind, ey, glaubt man, das sind noch ein paar Folgen hin Wie lange machen wir die Folgen? Ich habe jetzt genau draufgeholt, jetzt sind genau 15 Minuten Okay 15 oder 20 Minuten Folgen? Kannst du hier? 20, okay Wo fällt der Steiner oder Friedhof? Keine Ahnung, wo sind wir hier? Ah, der Steiner Der wollen wir nicht den Wegpunkt schnell holen? Der ist hier nicht am Anfang Der ist nicht am Anfang Der ist nur für die dummen Leute Da beim allerersten Mal ganz am Anfang Dass sie überhaupt raffen, was das ist Also sonst gibt es so eine Dirks, die rennen dann dran vorbei, weißt du? Ich bin überlegt, eigentlich müssen wir mit Marvin und Dirks so eine Runde neu spielen Das ist ja so geil Ja, boah, ein Juwel Ein Juwel kann man auch irgendwo rein sockeln Wir haben jetzt auf die Schnelle niemanden gefunden, der mit uns Diablo spielen wollte Ich trinke jetzt hier mal so ein Ausdauer-Elixier Ja, danke Achso Ich habe gerade an D3 gedacht, weißt du? Von wegen, wenn ich nah genug dran stehe, kriege ich auch den Erfahrungsschrein ab Aber ist ja gar nicht so Oh! Richtige Explosion Oh! Die kannst du verkaufen, Dicker Explosions-Elixiere, die bringen alle irgendwie 60 Gold Habe ich jetzt an hier Auf jeden Fall habe ich einen Ring bekommen, den muss ich erst mal identifizieren Eins zur Geschicklichkeit und 5 Kälte Widerstand Ich denke immer, man sammelt das Gold automatisch aus Die ersten Level sind ein bisschen, ein bisschen lame Wenn man halt noch nicht so Items hat Und dann sind wir trotzig über weiße Items Aber halt auch irgendwie nicht so wirklich, wa? Aber man denkt sich dann, ob ich jetzt 6 Verteidigungen oder 8 habe Wollte ich auch nicht mehr mitnehmen Ja, weil hier hinten am Weg auf jeden Fall Was? Hier unten ist doch der Weg, oder? Ne, nach oben hier Achso, beides Wege Oh, meine Schuhe sind kaputt Ich habe vorhin Gürtel angezogen und der war gleich wieder kaputt Ne, hier ist das Loch, die Grotte Nach oben, wahr? Okay Äh, gib ihm Okay, gleich rauf auf die Gräfin Nein, auf die Blutrabe Oh, Keule, blaue Keule So OP sein, glaub mir Oh Zepter Zepter Abgesnackt Nichts Das ist mit nichts Und zwar über selbst die Scheiß Blaue Keule ist doch schlechter als beim Startschwert Äh Das macht was von dem Cool aus Ich laufe immer nur über das Gold rüber Anstatt äh Ne, das ist mir nicht passiert heilige orte kevin hat gefärbt letzte nacht hier ins gras und dann guck mal was alles rauskam ihre arme meint sie glaube ich du gehst aber auch gleich in ich kann nicht mehr tragen ja was machen wollen wir diese rechts und links höhen ich nehme hier noch mal du musst mir das unterwegs verzeigen für die zuschauer was soll ich tp machen so wir sind jetzt hier fertig und jetzt können wir uns hier freuen nach genau hier schöne amazone hier und sie hat uns jetzt hier unsere persönliche frau geschenkt ist aber ein söldner die rennt uns jetzt hier hinterher können wir auch ein bisschen ausrüsten stirbt sowieso im unterirdischen durchgang stirbt sie weg weißt du danach holt man sie nie wieder okay man kommt vielleicht diese zweihand axt vielleicht nehmen wir die einfach ich weiß es nicht wenn ihr das doch schon mal was hier diese einhand hat aber neben den drei bis sechs schaden auch noch 1 bis 3 blitzschaden das war hast du doch bestimmt vorher eine hand gehabt oder ja ja ich mir gedacht die einmal blitzschaden machen sehen die frage ist ob wir das hier machen ziehen wir das an oder nicht genau das habe ich auch noch nicht erwähnt war das lud ist für alle gleich also wer hin rennt und klickt ist halt hat glück gehabt da wer als erster da war ja das kann weg hier so das kann ich noch nicht tragen und ich glaube zwei hand ist scheiße und die können verkaufen die mana tränke die sind jetzt erstmal nicht so wichtig fressen nur das inventar voll so gucken was ist hier so gehen vielleicht gibt es hier irgendwie was krasses 2 zu gebet gehen wir über den wegpunkt oder über wegpunkt okay die stelle ja dann die nächste quest wäre durch den unterirdischen durchgang in den dunkelwald und erst mal zu dem feld der stein ja ja aber das ist ja nicht komischen stein und die sagen dann da und da steht jetzt schon dass wir dadurch in die schriftrolle holen ja erstmal noch mal opfers gehen sehr kompliziert wenn man kein plan hat war und richtig krass meine meine alte heißt an or an one shot ich one shot die mit einer badicke und so ist wie der rinderkönig man trifft hat man nur deutlich nicht immer ordentlich daneben und so wir sind jetzt hier auf dem weg zum feld der steine auf jeden fall erste folge ist um kevin ja ab und ab und perfekter zeitpunkt jetzt wird richtig spannend ja also dann bis morgen tschüss bye